Hallo zusammen, heute erkläre ich euch die Doppelbrüche. Schauen wir uns dazu ein Beispiel an. Das hier ist ein klassischer Doppelbruch, der besteht im Zähler und im Nenner aus Brüchen. Das hier ist der Hauptbruchstrich, dann haben wir den Zähler des Doppelbruches, hier ein Drittel, und den Nenner des Doppelbruches, hier fünf Neuntel. Wir wissen, anstatt eines Bruchstriches können wir auch geteilt schreiben. Wir können hier also auch schreiben, ein Drittel geteilt durch fünf Neuntel. Wir merken uns also, ein Doppelbruch ist eine andere Schreibweise für einen Quotienten aus Brüchen. Also anstatt geteilt kann ich eben auch einen Bruchstrich schreiben. Und ein Tipp, schreibe den Hauptbruchstrich etwas länger als die anderen Bruchstriche und setze ihn auf höheres Gleichheitszeichen, aus folgendem Grund. Hier erkennen wir nicht, ob im Zähler die 2 steht und im Nenner 3 Viertel, oder ob im Zähler 2 Drittel steht und im Nenner die 4. Denn ein Doppelbruch ist ein Bruch, bei dem Zähler oder Nenner aus einem Bruch bestehen, oder wie hier beides. Und jetzt machen wir noch Beispiele dazu. Beispiel a, im Zähler 2 Fünftel und im Nenner 8 Fünfzehntel. Anstatt den Bruchstrich schreiben wir jetzt geteilt, also 2 Fünftel geteilt durch 8 Fünfzehntel. Und anstatt geteilt durch einen Bruch rechnen wir mal den Kehrwert. Also 2 Fünftel, dann mal. Und jetzt Zähler und Nenner vertauschen, also 15 Achtel. Und jetzt können wir kürzen. Die 2 und die 8 mit der 2 kürzen. In die 2 passt die 2 einmal, in die 8 passt die 2 viermal. Und die 15 und die 5 mit der Zahl 5 kürzen. In die 15 passt die 5 dreimal, in die 5 passt die 5 einmal. Ich schreibe nochmal ab. Jetzt habe ich hier ein Eintel mal 3 Viertel. Und jetzt Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner. 1 mal 3 ist 3 und 1 mal 4 ist 4. Endergebnis also 3 Viertel. Beispiel b, im Zähler 4 Siebtel und im Nenner 12. Anstatt den Bruchstrich schreiben wir geteilt, also 4 Siebtel geteilt durch 12. Und die 12 kann ich als Bruch schreiben, ist nämlich 12 Eintel. Und jetzt wieder anstatt geteilt durch einen Bruch, rechnen wir mal den Kehrwert. Also 4 Siebtel und dann mal. Und jetzt Zähler und Nenner vertauschen, also 1 Zwölftel. Wir können jetzt die 4 und die 12 mit der Zahl 4 kürzen. In die 4 passt die 4 einmal, in die 12 passt die 4 dreimal. Ich schreibe wieder ab. Hier vorne habe ich 1 Siebtel mal 1 Drittel. Und jetzt wieder Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner. 1 mal 1 ist 1 und 7 mal 3 ist 21. Endergebnis daher 1 Einundzwanzigstel. Beispiel c, im Zähler 10 und im Nenner 5 Neuntel. Anstatt den Bruchstrich schreiben wir wieder geteilt, also 10 geteilt durch 5 Neuntel. Die 10 kann ich als Bruch schreiben, das ist nämlich 10 Eintel. Und jetzt rechne ich anstatt geteilt durch den Bruch mal den Kehrwert. Also 10 Eintel, dann mal. Und jetzt Zähler und Nenner vertauschen, also 9 Fünftel. Jetzt kann ich kürzen, die 10 und die 5 mit der Zahl 5. In die 10 passt die 5 zweimal, in die 5 passt die 5 einmal. Ich schreibe wieder ab. Hier vorne habe ich 2 Eintel mal 9 Eintel. Und jetzt Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner. 2 mal 9 ist 18 und 1 mal 1 ist 1. Und 18 Eintel ist nichts anderes als 18 Ganze. Hat euch mein Video geholfen, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal an eure Klasse und Freunde weiterempfehlen würdet. Vielen Dank und bis bald.